Was geht, liebe Leute? Heute lassen wir Mario in einen Maulwurf verwandeln. Ja, wenn ihr mir nicht glaubt, bleibt dran, es wird sich lohnen. Außerdem, Leute, vielen Dank hier einmal von ganzem Herzen für 100.000 Abonnenten auf dem Kanal. Endlich geschafft, bald hab ich den zweiten Playbutton da hängen. Und ich würd sagen, wir fangen direkt an. Los geht's! So, von einem Deutschen, von einer Deutschen, Lea96EM, und zwar, ja, es hat eine riesige Reichweite schon dieses Level. Und Kameks Transformationscurse heißt, Kamek ist ja dieser Zauberer, dieser Böse, dieser Magier. Und mal gucken, also ich hab nur ganz kurz was gesehen auf YouTube und ich hab Bock, das nachzuspielen einfach. Weil das ist mal eine kreative Idee, das hab ich noch nicht erlebt, sowas. Deswegen heute mal kein Troll-Level, aber es soll trotzdem interessant werden. Okay, da sehen wir einen Maulwurf, okay. Oh, Leute, wie creepy, wie trippy ist denn das hier? Rein da, so. Und jetzt soll sich wohl Mario, beziehungsweise ich spiele jetzt diesen Maulwurf. Digga, was? Es funktioniert sogar, ey, zieht euch das rein. Rechts, jetzt geht er nach rechts. Leute, und das funktioniert, weil ich halt oben bin und der halt einen immer verfolgt. Ey, wie geil ist das denn? Es funktioniert einfach. Das ist so geil. Oben ist Mario. Okay, jetzt wird aber ein bisschen tricky. Ey, das hat richtig geil gemacht, ey. Okay, 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 okay. Nach rechts. Nach links. Okay, nach rechts. Ah, nein! Oh, was? Okay, es ist doch vielleicht nicht so leicht. Ich stell mich auch schon wieder richtig bescheuert heute an hier, Leute. So, jetzt aber. Oh, nicht, dass ich noch zerquetscht werde. Okay, egal. Hab's geschafft. Okay, war's das schon jetzt? Ne, das war's noch nicht. Ey, krass. Okay, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Ich hab noch zwei richtig geile Level, weil ich wusste schon, dass es ziemlich kurz sein wird. Okay, wie soll das denn jetzt funktionieren? Okay, P-Switch. Oh, was? Ah, nicht geschafft. Scheiße. Da muss ja noch auch bestimmt schnell sein. Kann ich da noch mal gehen oder so? Hä? Ist das Ziel jetzt offen? Hä? Egal, geschafft. Leute, ich wollte es einfach nur zeigen. Geil. Also, was für eine geile Idee. Und jetzt spielen wir ein Level, das wird mich wahrscheinlich wieder zum Ausrüsten bringen. Und zwar ein Level, wo ich nicht nach links drücken darf. Das muss ich mal reinziehen. Sobald ich nach links drück, ist es abgebrochen, das Level. Das haben auch nur zwölf Leute geschafft. Man darf nicht nach links drücken, weil dann passiert irgendwas, das wahrscheinlich das Level einen kaputt macht. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Und ich bin ready. Nach den ganzen Troll-Leveln sollte ich jetzt auch schon einigermaßen den Skill besitzen. Okay, hier kann ich noch nach links laufen. Geil. So, was passiert, wenn ich jetzt hier nach links laufe? So, alles gut. Okay, machen wir erstmal. Jetzt geht's ins Level. Ich bin gespannt. Okay. Alter. Okay, ich will mir den One-Up holen und es geht nicht. Das ist geil. Da sind überall Zwombs nämlich. Kriege ich den One-Up? Ich kriege ihn. Scheiße, ich kriege ihn nicht. Okay. Ich kann das Level nicht austricksen. Ich darf also nicht nach links drücken. Also nicht einmal. Okay, das sollte ich aber hin... Ey, ich habe wirklich nur eine Sekunde, um den Sprung zu justieren in der Luft, nach links gedrückt. Und es war wirklich so, dass er an der Boden weg ist. Also, wie soll das denn sein? Okay, ich darf nicht nach... Ich habe schon wieder nach links gedrückt. Hä, wie krass ist das denn? Da muss ja eine ganze Reihe von Zwombs sein irgendwie. Yippie! Ich komme darauf nicht klar, wie man sowas machen soll. Okay, ich darf also nicht zu weit... Ich sprinte einfach nicht. Okay. Oh, wie geil. Okay. Ey, wie geil ist das denn? Guck mal, die Münze auch so fake wie nichts anderes. Komm, den hole ich mir aber wenigstens. Ey, geiles Level. Oh! Oh! Nein! Okay. Hä? 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 Ah, da brauche ich den Pilz, glaube ich, für den Damage Boost oder so. Anders geht es ja nicht. Oder ich täusche erst mal an. Ey, krass. Ey, das ist gar nicht mal so leicht. Ey, heftig, Leute. Ich hätte es nicht gedacht. Der ist genial. Geniale Idee, Leute. Solche Level... Oh! Nein! Oh, alles von vorne oder ist hier? In Checkpoint. Okay, zum Glück. Geil. Okay. Danach habe ich noch ein krasses Level, was auch komplett wieder ein... Äh, auseinandernehmen wird, gehörentechnisch. Scheiße. Jetzt fehlt mir wieder der... Der Boost. Oh mein Gott! Okay, die Münzen. Die Münzen sind da extra. Münzen sind immer was Gutes in Mario. Das muss man sich echt merken. Außerdem nächste Folge, wie gesagt, das Creepy-Ding kommt noch, Leute. Keine Sache. Ich habe es auf dem Zettel. Ich habe mir ein paar guselige Level rausgesucht, die ich machen werde. Die werde ich spielen. Schön creepy Mario Maker 2 Level plus. True Level kommt natürlich auch wieder. Das ist natürlich hier an der Tagesordnung sonst. Wisst ihr ja. Wuh! So wird es gemacht hier. Oder auch nicht. Okay, ich brauche den Damage Boost. Oh nein. Oh! Was? Oh! Oh mein Gott! Ey, ihr müsstet ihr euch das vorstellen. Man darf nicht nach links drücken. Also, das klingt erstmal so simpel, aber ich habe nach links gedrückt. Eine Sekunde nach links gedrückt und der Schalter sofort. Ey, das ist geil. Das ist eine richtig geile Challenge. Also, das ist mal eine krasse Challenge. Jetzt mal ohne Witz. Ja, Mann! Ey, das ist zu befriedigen. Okay, scheiße. Okay. Okay, okay. Ich weiß, wie es geht. Jetzt muss ich nur noch das Timing raus haben. Nein! Ach, ich darf ja nach rechts drücken. Okay. Ich dachte gar, ich darf gar nicht mehr länger. Yes! Easy! Okay. War es das? Ich hoffe, noch nicht. Das wäre... Oh! Okay, Checkpoint. Oder Exegate schon? Moment mal. Ich hätte da schon rausgehen können jetzt, aber warte mal ganz kurz. Hier muss ja noch irgendwas sein. Oh! Oh! Okay, mit dem Springen kann man sich aufrechterhalten. Das kenne ich schon. Ah, ganz knapp. Man darf nicht nach rechts drücken. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Also, was für eine Mechanik da auch hinterhängt. Okay, jetzt kann ich das hier als Rampe benutzen, höchstwahrscheinlich. Ja, okay. Man kann, wenn man nämlich springt, erhält man das Momentum so aufrecht. Ah, nice. Oh, jetzt kommt die noch. Meine Lieblingsfreunde. Oh, wie geil! Ah, ich darf ja nicht nach links drücken. Ich Idiot! Ah, Gott! Man vergisst es einfach. Das ist so geil. Meine Güte, ey. Das ist doch mal was anderes heute, ne? Mal ein bisschen was Knackigeres, so. Nein! Oh Gott! Okay, ey, wenn ich hier getroffen hätte, ist es vorbei. Ey, wie soll ich das denn machen? Ah! Da hab ich mich aber erschrocken jetzt, ey. Wie? Ach so. Guck mal, ich kann hier doch theoretisch raus einfach. Oder? Ich kann das durchs Ziel einfach so. Aber nee, die Challenge machen wir noch. Ich weiß, ihr wollt das nächste Level schon sehen wahrscheinlich. Ich kenne euch ungeduldigen Menschen immer da draußen. Aber wir machen das Level wenigstens. Wenn es hier noch so einen Bonus gibt, dann machen wir das wenigstens so. Weil die Challenge ist echt geil. Nicht nach links drücken. Irgendwie krass ist das denn? So, zack, zack. Schön die Geschwindigkeit nutzen. Oh Gott. So, so wird's gemacht. Oh nein. Nein, ich bin doch so blöd. Egal, jetzt ist der wenigstens weg, ey. Ja. Oh, okay. Und jetzt? Warte mal. Hä? Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Bitte. Komm runter. Langsam. Schnell. Spring. Oh ja, Mann. Okay, okay. Oh, da ist noch so ein Scheißer. Ich kann die nicht ab. Ich kann die nicht ab. Ich weiß gar nicht, wie ich den dodgen soll. Ich weiß nicht, wie ich den dodgen soll, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Geh da rein. Oh Gott, hab ich's geschafft? Ja, ich hab's geschafft mit den Bonusmünzen. Okay, geil. Geschafft, Mann. Ach, schönes Gefühl. Okay, Leute. Ab zum nächsten Level. Ab geht's. So, das soll ein Level sein, wo, passt auf, Mario unsichtbar wird. Fragt mich nicht, wie das sein soll. Das heißt, Invisible in the Enchanted Well. Also, Unsichtbarkeit im verwunschenen Brunnen. Oder irgendwie so. Also, ich bin gespannt. Das wird richtig, richtig nice. Oh, so eine Folge tut auch immer gut, Leute. Nicht immer nur das Hardcore Troll. Tausendmal verarscht. Zwei Stunden Aufnahme. Einfach mal ein bisschen entspannt. Ein paar geile Mechaniken, die so Leute rausgefunden haben. Okay, ich kenn das Level aber auch nicht. Also, wie gesagt. Okay, ich darf wieder nach links drücken. Das ist immer noch so. Okay, was ist hier oben? Das ist eine Münze auf jeden Fall. Äh, die mir nichts bringt. Okay, ah, ein One-Up. Okay, ja, der bringt mir auch nicht viel. Da oben muss auch noch was sein. Komm. Ah, kann man da nicht ein bisschen schießen? Ah, komm her. Okay, scheiß drauf. Okay, wo ist der verwunschene Brunnen? Hier. Sieht auch so mysteriös aus. Fast schon creepy. So, da ist Mario. Und weg ist Mario. Ey, sieht das geil aus. Das da oben ist doch ein Gesicht, oder nicht? Und wo ist Mario jetzt? Also, ihr müsst euch vorstellen. Unten links, unter dem On-Schalter, bei der Pipe. Da bin ich. Ich bin unsichtbar. Ich spring. Ich geh nach rechts. Als wär ich da. Ich spring nach links. Ich geh an die Wand. Also, jetzt bin ich da links an der Wand. Ey, das ist ein bisschen scheiße für ein Video eigentlich. Aber Schalter. Okay. Ich geh nach rechts. Schalter. Oh nein, der Stachy. Okay, ich fall runter. Ich spring darüber. Was? Es funktioniert einfach. Ich seh mich nicht mal selber. Okay. Schalter. Weg. Achso, Schalter nochmal neu. Schalter. Ich seh mich nicht mal. Aber es geht trotzdem. Schalter. Ey, das geht. Ich bin voll überrascht. Okay. Warte. Schalter. Hä? Okay, ich bin weg. Schalter. Okay. Es geht einfach. Hä? Es ist so komisch, weil man sieht ihn nicht, aber man kennt die Steuerung schon so im Kopf. Man weiß genau, wie er sich verhält. Und dann kann man direkt darauf reagieren. Das ist erst genau gespiegelt in der Mitte so. Okay, warte mal. Wo bin ich jetzt? Okay, da. Zack, zack, zack. Knotenblock. Ich springe. Leute, man könnte denken, ich bin jetzt ein Magier. Äh, okay. Moment mal. Okay, okay. Ich habe mich gerade verloren. Aber bin ich gerade blöd oder was bin ich? Hä? Moment mal. Wo bin ich jetzt? Links oder rechts? Aber das meine ich, ey. Eigentlich ist es kacke für ein Video, weil ihr wisst jetzt gar nicht. Ihr wisst jetzt gar nicht, wo ich bin. Achso, warte mal. Ich kann jetzt hier. Lol, es hat geklappt. Ja, lol, ich war noch links. Toll, ey. Ja, okay, scheiße. Oh, Mann. Okay, ich kann es aber schaffen. Ich kann es schaffen. Die Unsichtbarkeits-Challenge in Mario. Ich nenne sie einfach so. Oh, nein. Okay, zack, zack, zack. Hä? Hä? Was ist denn da gerade passiert? Ah, komm. Das ist jetzt easy. Das ist Kindergarten für mich. So, spring da rüber. So, komm. Spring da rüber. Ah, das ist auch Kinder sein Garten. Kinder sein kleiner Garten. Was? Lol. Nein. Oh. Was? Es funktioniert einfach, was ich hier versuche. Ist er jetzt rechts? Sprung. Nach links. Sprung. Durchs Rohr. Lol. Es hat geklappt. Ich sehe mich ja nicht mal. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist so ein geiles Level. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Das ist richtig geil. Das macht ja richtig Laune. Die Unsichtbarkeits-Challenge. Obwohl es eigentlich dumm ist so, weil für ein Video, ich glaube, die Hälfte von euch hat schon abgeschaltet, weil es ist... Hä? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss hier. Hä? Ja, moin. Das kann ich ja gar nicht schaffen. Hä? Nee. Hä? Hä? Was passiert denn jetzt hier? Ich verstehe es nicht mehr. Hä? Hä? Da kann mir doch keiner sagen. Das hat sich doch jetzt geändert hier. Hä? Hä? Ich bin ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, was da gerade unter mir abgeht. Hä? Das ist dumm gerade. Jetzt ist es gerade nicht mehr so geil. Hä? Okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. Also ohne Scheiß jetzt. Ah. Ich glaube, diese komischen Blöcke da. Rüber. 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 Da oben rauf. Nein! Ich bin reingefallen. Ja, okay. Ich weiß jetzt, wie es gemeint ist. Diese komischen gesetzten Blöcke. Diese glatten fast schon. Da komme ich so durch. Ah, okay. Jetzt falle ich hier runter. Gehe nach links. Gehe ganz da. Springe da. Gehe an die Wand. Springe. Gehe rüber. Gehe rüber. Gehe rüber. Okay. Ich glaube, ich bin nicht drin. Sprungfeder. Jetzt bin ich in diesem Loch da unten drin. Das ist eine extrem langweilige Folge für euch, glaube ich, Leute. Ich sterbe jetzt wieder, glaube ich, oder? Ich wusste, das klappt. Okay. Okay. Das reicht jetzt aber auch. Ich kann nicht mehr. Spritig rüber. Ich habe keine Lust mehr, ey. Das ist mir zu unsichtbar. Ziel. Geiles Ding. Nice. Geschafft. So. Heute mal eine bisschen entspanntere Folge. Ich glaube, ihr verzeiht mir das mal nach diesen ganzen Troll-Leveln. Die Höllenqualen durch dich gegangen sind. Mal was entspanntes. Eure Level immer noch in die Kommentare. Ich werde sie auf jeden Fall machen. Es werden jetzt demnächst nämlich noch Creepy-Level kommen, Troll-Level und natürlich auch Episoden, wo ich immer drei von euren Level spielen. Deswegen postet sie auf jeden Fall rein. Es wird sich lohnen. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, tschüss. Euer T-Yo.